Uah, wie schwach. Wir wollten doch den coolsten Actionfilm aller Zeiten drehen. Stattdessen haben wir das. Keine Angst, ich kann sie noch fassen. Aber diese Szene ist doch perfekt. Reinstes Comedy-Gold. Aber der Stunt ist schrecklich und wir wollten doch einen Actionfilm machen. Sprich mir nach, Comedy. Du ruinierst meinen Actionfilm. Deinen Film? Das Handy hab ich gekauft. Damit bin ich der Produzent des Films. Darf ich etwas anmerken? Nein! Ich tue es trotzdem. Ihr beide scheint diese Insekten-Gang vergessen zu haben, die ihr entwischen konnte. Ich weiß, das macht alles Spaß. Aber lasst euer Ego euch nicht davon abhalten, das Richtige zu tun. Du hast recht, Opa. Das ist nicht, was ein wahrer, supercooler Actionstar tun würde. Ben... Ich werde diese irre Insekten-Gang schnappen. Bitte lass das das Ende des Satzes sein. Während ich für die ganze Welt den allercoolsten Choo-Choo-Piu-Piu-Action-Blockbuster drehen werde. Tja! Ihr beide dürft gern als meine Filmcrew mitkommen. Siehst du, wie lustig du bist? Ich bin nicht lustig. Mit dir als Schauspieler und mir als Regisseurin können wir Comedy-Geschichte schreiben. Ach, wundervoll einfach! Queen Bee? Was? Wo ist unser Anteil? Aber natürlich, Schätzchen. Hier bitte. Jetzt geht mir aus dem Licht und plant den nächsten Überfall. Bla, 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 plant den nächsten Überfall. Wie war das? Äh, nichts. Äh, gar nichts. Was ihr gleich sehen werdet, ist das absolut Coolste, was jemals aufgezeichnet wurde. Seid ihr bereit? Ich kann euch nicht hören! Nur weil deine Wahnvorstellung alles übertönt. Wow! Ignoriert die Praktikantin. Äh, ich glaube, du meinst Regisseurin. Und damit habe ich das Sagen! Juhu! Im Ernst, ich bin die Regisseurin. Seid gebannt dabei zu, wie ich meine krassen Kräfte dafür einsetze, die schelmischen Schurken zu finden. Äh, ja, nein. Was? Das Publikum sieht nichts, wenn dein Holzkopf andauernd im Weg ist. Gib mir das Handy und geh du ermitteln. Nein! Du willst nur meinen Hammer-Action-Film kaputt machen. Oh nein, Comedy! Action! Comedy! Diese Szene schläft ein. Accelerate kann dabei helfen. Er ist schnittig und so toll. Einfach schnell! Graue Eminenz! Oha, du hast mich reingelegt! Und somit wurde Gwen wieder zur Regisseurin befördert. Gib das zurück, Kunstbanausen! Hör zu! Wenn wir zusammenarbeiten können, wir... Nein! Mein Film! Meiner! Meiner! Manchmal kapiere ich diese Uhr echt nicht. Jetzt habe ich dich! Warte, siehst du das? Schau doch hin! Was denn? Ich kann da nichts erkennen. Gwen, zoom rein und vergrößere es. Okay. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Aha! Sie sind unter der Erde. Also muss es eine Art böses, super geheimes, unterirdisches Insektenversteck geben. Das Filmset für unsere nächste Action-Szene. Na gut. Aber wir müssen auch diese Insektentypen schnappen und das Geld zurückholen. Gute Char! Kein Problem. Ich meine, wie schwer kann das schon werden? Es sind ja nur drei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020